Alter Murdoch Jungle, das wird so quieseln, ich sag's euch. Guck mal hier, du musst dich hier auf das Podest stellen, hier. Alter, das weiß ich schon seit dem ersten Game. Du kannst sogar hier hochspringen. Gucke. Du musst nur die richtige Ecke treffen. Minions are spawning. Guck mal, ich hab das Ding hier rauf. Bisschen Anlauf. Alter, krass. Gut gemacht. Ich stell mich immer hier hin und dann schieß ich so. Der schwarze hat sich dann. Und dann geh ich einfach hier runter. Normale Schwarzbett. Guck dir den an, wie Demo, wie schön er gekämmt ist. Es ist Demo, Junge. Denn seine Haare, die sehen je nachdem, wie er sich dreht, die immer eine andere Farbe. Komm mal, hau ab, geh auf die Lane. Hilfe, Hilfe, bei mir, bei mir. Ja, guck mal, jedes Mal. Hier, das Ziel. Oh, shit. Lass dir die Ecke treffen jetzt. Alter, also. Gut. Das ist jedes Mal, diese Scheiße. Wir müssen es eigentlich auch machen. Ich hab dir den Red Buff gekriegt, ja, ne? Oder hast du den noch gekriegt? Ich hab den noch gekriegt. Enemy has been slayed. Ja, nein. Ich frage mich jetzt, ob sich das wirklich lohnt. Bei dem fehlt jetzt Farm. Mittel kommt hin, aber Junge, der Curry und so. Oh, Dima, ich übergebe an dich. Dark and Carry, Dark and Carry. Schatz, fuck. Ich hab kein Mana, ich hab kein Mana. Digga, die. Können wir was starten, da Mitte? Okay. Der ist hier. Der ist der Fresser. Hey, du Lappen. Oh Gott. Nein, er hat mich angesprungen. Lauf, lauf, lauf. Gib ihm. Mach noch irgendwas. Boah. Okay, das ist neiglich. Alter. Wie geil. Der Bodyblock. Ich will mich nicht an, kotze. Ich geh weg, Lilo. Lass mich hier kurz Lars hüten. Ja, scheiße. Ja, und schon ist ihr Vorsprung weg. Nicht mal. Oh, Schatz, fuck. Ah, das ist ein Schnauiz. Das ist ein Schnauiz. Das ist ein Schnauiz. Ist so. Cool, ich hab ja schon nen Blue Buff. Das war aber nicht meiner, oder? Nee. Ich hab gleich Level 6. Gleich, ich glaub, noch einen Camp. Jetzt hab ich Level 6. Boah, was geh'n da hinten ab? Ja, das geht, Junge. Greystone, pass auf, Timo, Rage. Bitte fehlt. Wenn einer Ulti braucht und ich nix seh', sagt... Boah, da kommt Chimera, kommt Chimera. Okay, geht weg. Wie viel kostet denn SOS? 2900. Brauch ich noch ein bisschen was. Oh, hier ist Chimera. Blöde Sack. Der wartet auf den, dass er Raptor machen kann. Ja. Der kommt zu mir auch, glaub ich. Ja, nee, der ist hier bei mir. Ja. Ich geh' den jetzt auch da, glaub ich. Wurde mal gucken, wir wissen, wir gucken. Du musst es da, du musst es da warden. Ja, ich hab' den. Oh, nee, die greifen links an. Lass hinterher rushen. Oh, shit. Der hat das im Tower der Lappen. Ich hab' noch keine Ult. Lol. Lol, was, was, was. Der will mich, der will mich. Ich hab' noch ne Ulti. Was? Yeah. Alter, was, 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 was. Alter, Raptor, Raptor machen, komm, Raptor. Komm, Raptor. Er hat er? Ja. Oh, Raptor und der Brain. Ich hab' mir noch was mitgehalten. Frau Muriel kommt. Nein, ich kann auch nicht. So, ich muss mal SS-Klug. Ich hab's mir noch was mitgehalten. Ich brauch' noch ein paar, also ein Minion-Blast-Hit. Okay, die Mitte kostet. Leck. Hä? Ich mach' das eine Camp hier noch. So, glaube ich, das ist auch gepusht, wo der Kinder-Schwein ist. Ich brauch' mir mal ein paar geile Boots, hä? Komm' jetzt SOS. Der mögliche Klo. So. So. Guck mal, außer ihre, außer ihre ersten Kids haben sie nichts gelissen. Na, wart mal ab. Dog Jungle New Meter. Was macht das Lululala? Genau, werde ich schneller, wenn ich auf den, auf einen Low-Gegner zu steuere. Der Alchemist, wenn man da noch eine Attacke raufkriegt, eine Keule oder so. Dimo, ich komm' zu dir. Guck mal nach rechts. Die machen ja... Prime. Ne, er hat nur ein Blubaff geholt, okay. Dimo, Dimo, Dimo. Mach' zu spät. Komm' mal, Mitte. Hier ist ein Mera. Ja, lass ihn holen. Ich bin von hinten. Der Dimo ist überhaupt nicht da. Oh lol, was ist denn hier los? Ich bin rot. Mach' da, er rückt noch. Mach' was. Jetzt. Go, 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 go. Nein! Der geht ihnen noch. Wo sind die Demo? Oh, der ist mit Quill. Ah, egal. Zwei für einen ist okay. Komm, komm, komm. Gib ihn. Eine Alli-Tower ist unter Attack. Du bist so ein Lappen, du bist so ein Lappen. Ja, ich konnte die Reste gar nicht rausmachen hinter der Wand. Ah, hat er überhaupt schon draufgeklickt? Ach, scheiß, Lacker. Aber Half-Life gegen Full-Life, Junge. Ja, der kann jetzt schön shoppen gehen für unser Geld. Das ist gut, dass du wenig Damage machst. Ja, das ist allgemein. Scherz, fuck. Und wie ist links keiner, Mitte keiner. Doch, Mitte ist am Tower. Und wie ist das? Ja, wir haben eine Tower. Das ist schon mal klar. Mit Gideon? Ja, der ist ein Tower. Und um bitte zu poken. Hier ist Chimera bei mir. Egal, ich komm. Alter. Noch passen. Nein! Alter. Ich bin tot. Läger, wie schnell sind die? So. Kann ich mir kaufen hier. Die Muriel hat den geultet. Das war das Problem. Null. Ich bin voll aus. Ich hab mal eine Tower rausgegeben. Gimmo, du musst raus. Der hat mal einen Tower gemacht, der Arsch. Oder? Ich hab's ja nicht. Läger, geil. Dann ihn! What? Egal. Muriel. Achso, der hat ein Schild bekommen. Ich hab nämlich ein Assist bekommen. Dann bleiben die da nicht drauf da, Alba. Schatz, fuck. Wo ist denn der Steal hin? Ich will ja nicht viel machen. Let's Chimera, Alter. Sonic eine Runde gegründet aber noch. Was? Geht. Nee, nee. Ich muss da nach oben. Das ist... Ich wollte eigentlich nur bis 10 und die Runde geht jetzt auch schon länger. Bist du hier ready, Alex? Ja. Oh, leil. So schnell geht das. Hau, dann geht's nochmal aus. Du hast kein Wort längst. Nee, die sind eben nach links gegangen. Ich hab mich nicht getraut. Raptors, komm. Der Nordisch, Alter. Jetzt. Oh, kein Merkmal. Ja, wir müssen raus. Geil. Alter, der Typ. Jetzt komm mal ab, doch mal. Ja, komm. Sauber. Linker Tower kriegt Damage. Muss back in. Schatz, fuck. Wo ist denn deren Stil hin? Nein. Hallo, der ist ja. Der spricht ja nicht mit uns. Die Mord hat gar keinen Bock auf uns. Hab ja auch das Gefühl. Wir sind ja Greystone. Der hasst uns, ja. Greystone will lieber alleine sein. Und wir pushen mal hier durch, während die da links fighten. Und wir pushen mal hier. An ally has been slain. Guck, mitte. An enemy has been slain. Mitte down. An enemy tower destroyed. Easy. Ruf hier, Dima. Ruf hier. Zeig, was du für ein Schwertmann bist. Für ein Schwerthauptmann. Alter, die Basallen. Pass hoch, rechts. Die fehlen alle. Die haben beide gepottet. Yo, bin auf dem Weg. Lauf, Dima, lauf. Drei Leute hier. Vielleicht kommst du zu uns entgegen. Gleich. Wie gleich jetzt? Ich hab zu tun gerade. Digger, bist du zu tun? Mach grad Blubob. Da, Alter. Du bist der Schlechtste. Für den überhaupt jetzt sterb ich. Ich hab dann gesagt, kommst du primen, Alter. Alter, die rennen uns doch hinterher, du Lappen. Was ist das? Timo, nein, geh raus. Los. Ich bin doch ein geiler Typ, Alter. Swag as fuck. Wenn du mal hier ankommst, Alter, du Lappen. Gott, like. Lalo. Du Wichser. Ach, du brauchst kein Leben. Komm, Gideon mit dir gleich. Ich darf ihn einmal, wo kommt. Gideon ist am Arsch, der will. Ich geh jetzt mal weg. Der ist bei mir. Der ist bei mir. Hey, der war grad eben am T2 vorne. Ja, der ist doch jetzt hier. Ja, dann mach ihm doch mal Schaden. Du machst ja gar keinen Schaden. Alter, was meinst du über den Schaden der gemacht hat? Du bestimmt nicht. Kann ich jetzt mal backen? Ich hab 1000 Gold. 1000 Millionen, 1000 Millionen Gold. Ah, was? Ich werd angegriffen. Oh Mann, okay. Irgendwann deine Nasenschnauze ins Mikrofon. Die waren nicht. Der hört uns nicht. Hallo. Der denkt sich, warum reden? Warum sagen die nichts? Die hast du jetzt bestimmt die ganze Zeit einen Flamen. Ich hab 3.000 Dollar. Was kauft man denn so? Ich hab mal eben kaputt gemacht in seinem Jungle irgendwie. Oh. Dega. Ich muss eigentlich auf. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Okay. Hehehe.